Laura hatte endlich die Trennung von ihrem Ex-Verlobten und den Verrat ihrer Freundin überwunden, als sie eine unerwartete Einladung zur Hochzeit des Paares erhielt. Es war offensichtlich, dass die Einladung eine Provokation gegen sie war. Aber durch eine unerwartete Wendung des Schicksals findet Laura den perfekten Begleiter für die Hochzeit und alle sind beeindruckt von ihrem triumphalen Erscheinen. In einer ruhigen Straße in einem beschaulichen Viertel sollte das Leben von zwei jungen Mädchen sich für immer verändern. Michaela und Laura, beide im Alter von 13 Jahren, kreuzten ihre Schicksale unerwartet, als ob das Universum an diesem sonnigen Sommertag darauf hinarbeitete, dass ihre Wege sich verflechten würden. Laura, eine Neuankömmling in der Nachbarschaft, fühlte sich in einer neuen Welt verloren. Ohne Freunde und von allen unbekannt, verbrachte sie ihre Tage damit, die neue Landschaft zu erkunden, die sie jetzt ihr Zuhause nannte. Eines Tages, während sie auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus saß, wurde ihre Aufmerksamkeit von etwas angezogen, das sie vergessen ließ, wie leer sie sich fühlte. Ein Mädchen ging an ihr vorbei, trug ein T-Shirt mit dem lächelnden Gesicht ihres Lieblings-Popmusiksängers, dem verehrten Pablo. Lauras Augen konnten nicht umhin, auf das Muster des T-Shirts zu starren, und hier begann das Schicksal, sein Netz zu weben. Michaela, das Mädchen mit dem Pablo-T-Shirt, bemerkte Lauras intensiven Blick und konnte ihre Neugier nicht zurückhalten. Warum starrst du mich so an, fragte Michaela leicht besorgt. Laura antwortete mit zitternder Stimme, entschuldige bitte, aber du trägst das T-Shirt von meinem Lieblingssänger, Pablo. Lauras Geständnis brach das Eis, und es war, als ob ein unsichtbares Band sie in diesem Moment verbannt. Die geteilte Leidenschaft für Pablo, den berühmten Popsänger, schuf eine sofortige Verbindung zwischen den beiden Mädchen. Die Freundschaft der beiden Mädchen wuchs mit der gleichen Intensität wie die Liebe zu Pablo. Sie teilten Poster, Zeitschriften, Ausschnitte und verbrachten stundenlang damit, alles über ihn anzusehen. Mit den Jahren stärkte sich die Freundschaft zwischen Michaela und Laura noch weiter, begleitet von ihrer anhaltenden Liebe zu dem Sänger Pablo. Zusammen teilten sie Poster und Zeitschriften, Ausschnitte und verbrachten endlose Stunden damit, jeglichen Inhalt über ihn anzusehen. Aber wie es oft passiert, wenn das Erwachsenenalter erreicht wird, begannen andere Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten die Zeit der beiden Freundinnen einzunehmen. Selbst mit vollen Terminkalendern fanden sie immer Zeit, um sich wieder zu verbinden. Es war ein schneller Anruf, eine Textnachricht, in der sie einen neuen Song von Pablo teilten, oder einfach ein Austausch von Neuigkeiten aus ihrem persönlichen Leben. Als Michaela und Laura ins Erwachsenenalter eintraten, waren beide damit beschäftigt, ihre beruflichen Karrieren aufzubauen, Herausforderungen zu meistern und ihre Träume zu verfolgen. Doch die Flamme der Freundschaft, die sie seit ihrer Jugendzeit gepflegt hatten, blieb am Lodern. Das Schicksal spielte erneut in ihre Hände, als die Idee aufkam, eine Wohnung zu teilen. Ihre Karrieren nahmen Fahrt auf, aber die Gehälter waren immer noch bescheiden, und die Aussicht, die Kosten für ein Zuhause zu teilen, schien nicht nur praktisch, sondern auch aufregend. Außerdem fühlte sich die Vorstellung, jeden Tag neben ihrer besten Freundin aufzuwachen, Träume, Lachen und besondere Momente zu teilen, an wie ein Traum, der wahr wurde. Die Wohnung, die Michaela und Laura teilten, war ein wahres Refugium der Harmonie und Ordnung. Die Aufteilung der Ausgaben und der Haushaltsaufgaben war zur Routine geworden. Sie teilten die häuslichen Pflichten gleichermaßen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos lief. Während das Leben seinen Lauf nahm, stand ein neues Element kurz davor, in Lauras Leben einzutreten, und das würde unweigerlich die Dynamik der Freundschaft, die sie mit Michaela teilte, verändern. Laura hatte jemand Besonderen gefunden, einen jungen Mann namens Lukas. Er war charmant, gutaussehend und arbeitete im selben Bürogebäude wie Laura, was ihr erstes Treffen unvermeidlich machte. Regelmäßige Verabredungen und geteilte Momente hatten die Beziehung zwischen Laura und Lukas vertieft. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte Laura ihren neuen Liebhaber noch nicht Michaela vorgestellt. Dann lud sie Lukas zu einem Abendessen in ihre gemeinsame Wohnung mit Michaela ein. Es war eine Möglichkeit, diese beiden wichtigen Teile ihres Lebens miteinander zu verbinden und Michaela den Mann vorzustellen, in den sie verliebt war. An diesem besonderen Abend war Laura voller Nervosität und Aufregung, während sie das Abendessen zubereitete. Als endlich die Türklingel läutete, schoss ihr Herz in die Höhe. Es war Lukas. Michaela war überrascht, als sie Lukas kennenlernte. Sie konnte nicht umhin, die erstaunliche physische Ähnlichkeit zwischen ihm und dem berühmten Sänger Pablo zu bemerken, den die beiden vererrten. Die Ähnlichkeit zwischen Lukas und Pablo ist Michaela nicht entgangen, die ein kleines Lachen ausstieß. Du weißt, Lukas, du erinnerst mich sehr an jemanden, bemerkte sie und warf Laura einen verschwörerischen Blick zu. Lukas lächelte. Oh, das habe ich schon einige Male gehört. Ich denke, ich habe ein Aussehen, das schwer zu übersehen ist, antwortete er bescheiden. Der Abend ging weiter mit lebhaften Gesprächen, Gelächter und einer entspannten Atmosphäre. Laura fühlte sich zufrieden und erleichtert darüber, dass ihre beste Freundin und ihr Freund sich so gut verstanden hatten. Doch im Laufe der Zeit begannen einige Bemerkungen Laura ein wenig unbehaglich zu machen. Michaela schien immer mehr auf Lukas, äußeres Erscheinungsbild fixiert zu sein. Sie machte ständige Komplimente und drückte ihre Bewunderung für die Schönheit von Lauras Freund aus. Außerdem stellte sie viele Fragen über ihn und wollte Details über sein Leben und seine Persönlichkeit wissen. Laura war keine eifersüchtige Person, aber sie begann zu spüren, dass ihre Beziehung zu Lukas zum Mittelpunkt der Gespräche zwischen ihr und ihrer besten Freundin wurde. Die Beziehung zwischen Laura und Lukas schien stabil zu wachsen, und nach einigen Monaten gemeinsam trafen sie eine bedeutende Entscheidung, sie verlobten sich. Laura begann jedoch, etwas Subtiles, aber Störendes in der Beziehung zwischen Michaela und Lukas zu bemerken. Sie bemerkte, dass ihre Freundin anders auf ihren Verlobten schaute, wenn sie zusammen waren. Obwohl sie sich selbst einzureden versuchte, dass es nur Einbildung sein könnte, blieb die Unbehaglichkeit bestehen. Um jegliche unangenehmen Situationen oder Missverständnisse zu vermeiden, begann Laura, Lukas zu meiden, wenn Michaela anwesend war. Bei einigen Gelegenheiten, wenn die Gruppe von Freunden sich in ihrer Wohnung traf, konnte Laura nicht umhin, die Nähe zwischen Lukas und Michaela zu bemerken. Sie schienen immer zusammen zu sein und tauschten Blicke und Gespräche aus. Laura versuchte, die beunruhigenden Gedanken, die in ihrem Kopf aufkamen, zu vertreiben, aber sie waren unvermeidlich. Laura dachte darüber nach, wie sie dieses Thema sowohl mit Lukas als auch mit Michaela ansprechen sollte. Sie war entschlossen, ihre Gefühle der Unbehaglichkeit nicht in grundloser Eifersucht eskalieren zu lassen, wusste aber auch, dass sie das Gefühl, dass etwas im Gange war, nicht ignorieren konnte. Bevor Laura überhaupt die Gelegenheit hatte, dieses heikle Gespräch zu beginnen, wurde sie von einer Entscheidung von Lukas überrascht, die sie sprachlos zurückließ. Laura, unsere Beziehung war unglaublich, voller wundervoller Momente, aber etwas ist passiert. Ich habe jemand anderen getroffen, in den ich mich tief verliebt habe, und ich möchte dich nicht täuschen oder unehrlich sein. Ich glaube, das Richtige ist, unsere Beziehung zu beenden, sagte Lukas mit einer Ehrlichkeit, die Laura das Herz brach. Es war nicht einfach für Laura, die Nachricht von der Trennung zu verarbeiten, und sie suchte Trost in Michelas Armen. Ihre beste Freundin war für sie da, bereit, ihre Klagen anzuhören und ihre Tränen zu trocknen. Michaela war da, hörte aufmerksam zu und bot Schulter und Ratschläge an, wenn nötig. Ein paar Tage später, als Lauras Emotionen nach der Trennung von Lukas zu stabilisieren schienen, erschütterte eine weitere Nachricht ihre Welt. Michaela informierte Laura, dass sie aus der Wohnung auszog, die die Freundinnen schon so lange geteilt hatten. Ihr Leben befand sich in einer neuen Phase, und es war Zeit, einen eigenen Weg zu gehen, getrennt von dem von Laura. Die Nachricht von Michelas Umzug traf Laura völlig unvorbereitet, aber was sie noch mehr überraschte, war die Entdeckung, dass Michaela ein paar Tage später in die Wohnung von Lukas gezogen war. Die Realität war schockierender, als sich Laura je vorgestellt hatte. Ihre beste Freundin und ihr Ex-Verlobter waren jetzt in einer Beziehung. Es dauerte eine Weile, bis Laura ihre Emotionen sortieren konnte. Es ging nicht darum, dass sie Lukas immer noch liebte, sondern vielmehr um das Gefühl des Verrats, das sie verfolgte. Da Laura und Michaela denselben Freundeskreis teilten, begann Laura allmählich, sich zu isolieren. Michaela und Lukas zu treffen wurde zu einer schmerzhaften Erfahrung, voller widersprüchlicher Emotionen, die sie lieber vermied. Mehr als ein Jahr war vergangen, seit Michaela ausgezogen war, und Laura hatte schließlich inneren Frieden gefunden. Sie hatte die Entscheidung getroffen, die Handlungen anderer nicht ihren Geist und ihre Glückseligkeit stören zu lassen. Es war Zeit, vorwärts zu gehen. Lauras Leben nahm einen neuen Weg. Ihre Karriere machte Fortschritte, und sie konzentrierte sich auf ihre Ziele und Ambitionen. Sie hatte sich mit Freunden wieder verbunden und neue Freundschaften geknüpft, Unterstützung und Gemeinschaft in anderen Lebensbereichen gefunden. Außerdem begann Laura wieder, die Dating-Szene zu erkunden. Laura kam an diesem Tag von der Arbeit nach Hause und als sie ihre Post durchsah, bemerkte sie einen schönen und elegant gestalteten Umschlag. Als sie ihn öffnete, war sie erstaunt, eine Hochzeitseinladung zu finden. Es war die Hochzeitseinladung von Michaela und Lukas. Die Überraschung und Ungläubigkeit überkamen sie. Sie konnte nicht glauben, dass dieses Paar es gewagt hatte, sie zu ihrer Hochzeit einzuladen. Laura war perplex und konnte den Grund hinter dieser Geste nicht verstehen. Es war offensichtlich, dass Laura nicht die Absicht hatte, an der Hochzeit teilzunehmen, und deshalb entschied sie sich, die Einladung einfach zu ignorieren. Einige Tage später, während sie mit einer Gruppe von Freunden in einem Restaurant saß, sah Laura, wie Michaela und Lukas näher kamen. Hallo, Laura, wie geht es dir, sagte Michaela provokativ. Ich habe bemerkt, dass du unsere Hochzeit nicht bestätigt hast. Du musst immer noch sehr leiden, oder? Laura spürte die neugierigen Blicke ihrer Freunde, während das Gespräch seinen Lauf nahm. Sie war entschlossen zu zeigen, dass sie den Verrat überwunden hatte und wollte nicht, dass man denkt, sie hege immer noch Gefühle für Lukas. Tatsächlich dachte ich, es wäre nicht angemessen, zur Hochzeit zu kommen, aber da ihr darauf besteht, werde ich kommen, sagte Laura mit einem Lächeln, um zu zeigen, dass sie bereit war, die Situation reif und ohne sich von Provokationen beeinflussen zu lassen, anzugehen. Der Hochzeitstag war endlich gekommen. Die Feier fand auf dem Bauernhof von Michelas Großeltern statt, einem Ort, den Laura gut kannte, denn als sie und ihre Freundin jünger waren, verbrachten sie dort einige Ferientage. Während sie ihr Auto auf den engen Straßen zum Bauernhof lenkte, war Laura in Gedanken versunken. Sie überlegte, ob es eine gute Idee gewesen war, auf diese Hochzeit zu gehen. Sie fühlte sich dumm, dass sie an diesem Tag im Restaurant auf Michelas Provokation eingegangen war. Während sie in ihren Gedanken versunken war, sah Laura jemanden am Straßenrand. Als sie näher kam, konnte sie kaum glauben, wen sie sah. Es war der berühmte Sänger Pablo. Sie war wie erstarrt und konnte nicht glauben, was sie sah, und dachte, es müsse ein Scherz sein. Ungläubig hielt sie das Auto an und mit rasendem Herzen ging sie zu dem Mann am Straßenrand. Pablo, bist du das wirklich? Der berühmte Sänger Pablo? Was machst du hier am Straßenrand? fragte Laura mit einem überraschten Ausdruck im Gesicht. Hallo, mein Reifen ist geplatzt und das Ersatzrad war platt. Hier gibt es keinen Handyempfang, also konnte ich keine Hilfe rufen. Ich war auf dem Weg zu einem Mittagessen mit einem Freund auf einem Bauernhof hier in der Nähe, erklärte der Sänger Pablo und enthüllte den Grund für sein unerwartetes Auftauchen auf dieser Straße. Laura war von der Situation überrascht und erkannte dann, dass der Bauernhof, zu dem Pablo unterwegs war, neben dem Bauernhof war, auf dem die Hochzeit von Michaela und Lukas stattfinden sollte. Angesichts dieser Zufälligkeit bot Laura an, Pablo mitzunehmen. Laura war aufgeregt, ihren Idol neben sich zu haben. Sie konnte nicht glauben, welche Wendung des Schicksals sie dazu gebracht hatte, den Sänger Pablo zu treffen. Begeistert erzählte sie, wie sie und ihre Freundin Michaela ihn bewunderten, seit sie jünger waren. Während das Gespräch floss, teilte Laura auch Details über die bevorstehende Hochzeit und die vorherigen Ereignisse rund um Michaela und Lukas mit. Dann schlug Pablo eine lustige und unerwartete Idee vor. Mit einem verschmitzten Lächeln schlug er vor, wie wäre es, wenn ich dich zur Hochzeit begleite? Deine Freundin heiratet vielleicht einen Kerl, der mir ähnlich sieht, aber du wirst vom Original begleitet. Laura war überrascht und begeistert von Pablos Vorschlag. Als Laura zusammen mit Pablo zur Hochzeitsfahrer kam, wurde sie zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und der Gespräche. Der Einzug der Braut, normalerweise ein bewegender Moment, wurde von der Anwesenheit des berühmten Sängers überschattet. Die Gäste waren aufgeregt, machten Fotos und baten um Autogramme. Die Leute waren neugierig, wie Laura Pablo kennengelernt hatte, und der Sänger verlieh der Situation einen Hauch von Geheimnis, indem er enigmatisch sagte, wir haben eine Geschichte zusammen. Seine Antwort steigerte nur die Neugier der Gäste und führte zu mehr Fragen und Spekulationen. Laura hatte Spaß an der Situation und an Pablos Anwesenheit an ihrer Seite. Michaela und Lukas waren deutlich verärgert, da sie das Gefühl hatten, die Aufmerksamkeit und Blicke der Gäste mit Laura und Pablo zu teilen. Die Anwesenheit des berühmten Sängers stahl ihnen die Hauptrolle, die normalerweise der Braut und dem Bräutigam an ihrem besonderen Tag vorbehalten war. Laura bemerkte, dass die Party aufgrund ihrer Anwesenheit immer gespannter wurde, also beschloss sie, dass es Zeit war, die Feier zu verlassen. Dann verabschiedete sie sich schließlich von Pablo auf dem Bauernhof, wo er seinen Freund treffen würde, und dankte ihm für die Gesellschaft und den Spaß, den sie bei dieser einmaligen und unerwarteten Gelegenheit hatten. Michaela und Lukas luden Laura ursprünglich zur Hochzeitsfeier ein, um sich über sie lustig zu machen, aber am Ende erlebten sie einen unerwarteten bitteren Geschmack. Anstatt die Reaktion zu erhalten, die sie vielleicht erwartet hatten, lenkte Lauras Anwesenheit und ihre Ankunft mit Pablo die Aufmerksamkeit von der Party ab und teilte die Hauptrolle, die normalerweise dem Brautpaar vorbehalten wäre. Lukas und Michaela hatten mit unerwünschten Konsequenzen ihrer provokativen Handlungen zu kämpfen. Was anfangs wie ein Scherz aussah, entwickelte sich zu einer unangenehmen und peinlichen Situation für sie während der Hochzeit. Dies dient als Erinnerung daran, dass unsere Handlungen Auswirkungen haben können, die wir nicht vorhersehen können, und es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie unser Verhalten andere beeinflusst. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.